Forschung und Lehre. Wir haben Projekte, an denen wir diese Materialien erforschen. In unterschiedlichsten Bereichen, wie gesagt, Batterien, Leuchtstoffe, Nanomaterialien, Leichtbau. Auf der anderen Seite aber auch in der Lehre. Wir haben sehr viele Studierende, die eben ausgebildet werden, zum einen in der Basis Naturwissenschaften und dann aber auch forschungsgeleitet. Das heißt, die lernen im Prinzip, wie man diese Funktionsmaterialien designt und charakterisiert.